willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge clash of clans mit mir in dem torsten ja so ein bisschen werbung in eigener sache ihr seht das hier wenn ihr sowas auch mal live miterleben wollt dann müsste auf dem kanal kommen twitch.tv-toto-clash da drehen wir ab und zu mal am rad volle pulle wir wollen auch jetzt kurz mal am rad drehen für den dnj und der das rad gestern allerdings schon gekauft das machen wir dann so so wie wir schaffen mal sehen ihr seht das da gibt es immer ein paar nieten also man kann das nicht so wirklich lesen vielleicht sollte ich mal an der schriftart arbeiten aber es gibt noch andere werbung dazu aber gleich erstmal am rad drehen und todes ok wenn es todes gibt dann gibt es todes da kriegt er gleich den einsatz die ich eigentlich habe aber ich habe jetzt eigentlich immer gedacht 20.000 20k die er gleich dazu bekommt und dann ziehe ich in die punkte auch sofort ab der bratkartoffelmann ist im moment nicht da sehe ich der hat auch noch einen dorf besucher also es gibt dorf besucher es gibt totos es gibt jede menge goldpässe im rad aber es gab diesmal leider nur totos aber noch was ganz anderes ich schalte mal eben rüber in die andere szene denn weil wir haben leute wir haben heute ab heute liga und deswegen suchen wir noch ein bisschen also im klaren deutschland nehmen klar free to play suchen wir nicht vergesst es vergesst es vergesst es vergesst es war ja bender ne ich glaube ich habe ich habe ich glaube ich habe mal wieder bei deutschland nur ein account nämlich den bender meinen kleinen neuner hier könnte ja auch mal liga mitspielen aber hier haben wir noch ein bisschen platz leute sechs leute passen die noch ein oder sieben oder acht vielleicht dass wir durch tauschen können weil greifen eh nicht alle an dann können wir in der 30er spielen wir haben schon mal 30er gespielt hier im clan deutschland die tag ist auf jeden fall unter dem video also kommt ihr ruhig rein wenn ihr noch so irgendwas habt obwohl neben dem mit neuner ist nicht gut ich glaube hier ist so ab muss hier mal gerade gucken hier ist so ab ja 15 13 12 unter 11 die können noch mitmachen das passt eigentlich ganz gut wir wollen nicht aufsteigen leute wieso sind hier so stark wir sind zweiter geworden ist der liga zwei stimmt zweiter wissen aufgestiegen wir sind aufgestiegen alles klar es gibt auch noch ein anderer klar tut das band da könnt ihr mit etwas kleineren accounts rein wenn ihr möchtet dann gehen wir mal auf die uschi und ihr seht dass im chat jetzt gerade nächste tipp wird weil der chat ist nur auf dem mood steht ich meine jetzt können natürlich welche was tippen aber okay hier werden wir mehr ein mehr zwei mehr drei mehr mc petris kommen wir alle rein peter heil auf jeden fall und ja hier ist so elf so zehn neun so geht so runter aber auch hier ist auch noch so ein bisschen platz das hat vielleicht auch dadurch tauschen können oder was auch immer also wenn ihr bock drauf habt dann kommt ihr ruhig rein in den clan wer noch kleinere accounts habe so ich würde ich würde immer so sagen er ab 10 die neuner da unten die machen spaß die die holen sich einfach nur medaillen und man muss ja auch mal ausgeben ich glaube mit uschi habe ich auch mal am limit ja sollte auch mal ein bisschen was tun und irgendwas helden machen ratungs hochklopfen was auch immer ich hoffe das ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen ich werde das ganze jetzt live im stream schneiden und dann schon mal hochjubeln nach youtube dann seht ihr das auf jeden fall morgen früh wir werden heute abend starten also ist das video am freitag wir werden heute abend auf jeden fall starten und ich würde mich freuen wenn ihr doch noch den mumm habt hier bei uns mit zu kämpfen bis dahin würde ich sagen danke für eure aufmerksamkeit ciao ciao euer toto plasht ja 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 ja